Mein Name ist Thomas Mandl von der Volkshochschule Hanskirchen-Otterfeld. Kollegen von mir aus Volkshochschulen aus dem Süden von München haben ein Webinarprogramm entwickelt, zusammen mit der Firma Samantanet. Es geht darum, die Möglichkeiten von Volkshochschulen hinsichtlich Lernwelten auszuverbreiten. Und wir legen besonderes Augenmerk darauf, dass die Möglichkeiten, die er umgekondigt bietet, voll ausgeschöpft werden, also Stichwort Interaktivität. Man kann ja nur Zimmer vermitteln, aber nicht Wissen. Das heißt, Wissen muss erarbeitet werden. Und mit Adobe Connect ist das auch möglich. Es ist jetzt ein Webinarprogramm entstanden. Das können andere Volkshochschulen auch in ihr Programm hineinstellen. Und wenn andere Volkshochschulen auch Kursleiterinnen und Kursleiter haben, die selber Webinare anbieten wollen, dann können sie sich auch an uns wenden.